Herzlich willkommen zu einem neuen Schulungsvideo bei Nachrichtigungen abschalten. Mein Name ist Moin Daković und ich arbeite bei startnow.sport.ag. Ja, wie ich gerade erwähnt kann, es geht mal wieder um das Thema bei Nachrichtigungen abschalten. Es ist ein leidiges Thema, ich verstehe euch, aber deswegen sind wir auch immer wieder dran, um unsere Videos zu aktualisieren und auch neue Einstellungen zu zeigen, wie man das abschalten kann. Ihr kennt eine kurze Eigenwerbung unter www.startnow.support könnt ihr, falls ihr mal Zeit habt und Lust habt, etwas Neues zu lernen oder ihr braucht einen kurzen Spick, könnt ihr unter der Rubrik Videos unsere Sammlung an Schulungsvideos, Spickvideos anschauen mit Playlists zu den jeweiligen Themen. Wenn ihr einmal drauf drückt, kommt ihr direkt auf die Playlist auf dem YouTube von unserem Kanal. Gut, ja, wir haben ja natürlich die Standardabschaltung von unseren Boxen, die haben wir ja schon mal durchgenommen miteinander. Die haben ihr auch ein Schulungsvideo. Ich zeige euch das in einem Schnelldurchlauf, wie das aussieht. Einmal da drauf drücken, auf die Box, Box erstellen und konfigurieren, unsere Box drauf drücken, erstellen und bearbeiten, Input Variablen einsetzen, das kommt nach so. Dann können wir jetzt hier do not fixen werden, bei do not success messages, da ich das ja schon gemacht habe. Ich zeige es euch jetzt trotzdem. Könnt ihr jetzt so hinzufügen, ich kann das neue Fensterhüttchen setzen, okay und gut ist. Dann habt ihr die erste Abschaltung schon mal aktiviert. Was aber jetzt sehr wichtig ist, ihr seht jetzt bei mir, ich habe trotz der Abschaltung 111, allein in den letzten 10-15 Minuten noch 15 neue Benachrichtigungen bekommen. Letzte Woche habe ich über 200 Benachrichtigungen bekommen. Klar, bei mir ist es ein bisschen mehr, weil ich mit unseren Kunden, respektive Partner, auch eng zusammenzuarbeiten, um sie auch zu supporten. Jetzt hat es natürlich auch eine andere Sache, die man muss beachten, wenn man keine Benachrichtigungen haben will. Ich blende das euch kurz ein. Ich blende jetzt, mir hat jetzt mein Chef, Dominik Adam, kurz eine Einladung geschickt über die T-Box für eine Box freigeben. Da seht ihr jetzt so. Ich nehme jetzt die Box-Einladung an, klar, dann seht ihr das, dann kommt das so. Dann nehmt ihr jetzt eine T-Box wählen, dann wähle ich jetzt einfach irgendetwas aus. Wichtig ist jetzt, das Hötchen wegzutun. Wieso? Man sieht es ja auch schon. E-Mail-Benachrichtigungen bei neuen Dokumenten in der geteilten Box aktivieren. Nein, wenn wir nicht, glaubt man, ihr wollt das nicht. Das sind zu viele Dokumente. Ausser es ist ein kleiner Kunde von euch, oder ihr habt auch die Frage gerade bekommen von einem Kunden von euch oder ihr gebt die Frage gerade weiter. Und es ist ein kleiner Kunde, der ein wenig weniger Dateien hat, dann könnt ihr das natürlich eingeschaltet lassen. Ich sage halt einfach, es ist ein leidiges Thema. Ich gehöre es von allen Seiten. Dementsprechend zeige ich euch das jetzt auch so. Das ist die nächste Variante, die ihr abschalten könnt. Und die ist auch sehr wichtig. Jetzt könnt ihr da einfach auf Einladung annehmen. Dann kommt ihr schon auf die Box. Und da seht ihr die geteilte Box. Jetzt werden keine Nachrichten mehr kommen. Gut, das wäre es eigentlich schon mal gewesen. Was auch noch ganz cool ist, da könnt ihr auch noch kurz einmal aufs Internet drauf gehen. Da seht ihr unser YouTube-Video. Dann könnt ihr da auf app.deepbox.swiss einmal eingeben. Und dann seid ihr immer wieder eingeloggt in diesem Unternehmen. Und es ist ein viel einfacherer Zugang zu der Deepbox, dass ihr euch auch anmelden könnt. Und nicht unter www.deepbox.swiss, sondern so unter app.deepbox.swiss sind ihr immer direkt drinnen und bei den Anmeldedaten. Danke vielmals fürs Zuhören und zum Zuschauen. Ich wünsche euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.